Super, dass du wieder dabei bist. Heute bekommst du wieder einen Workout zum Thema starker Rücken. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass es ein Top-Thema für dich ist, also machen wir dann natürlich weiter. Mein Name ist Maike Droste. Ich bin Physiotherapeutin und Fitness- und Lifecoach für Frauen vor und nach der Geburt. Ich helfe ihnen, sich einen richtig tollen Körper aufzubauen, damit sie ihr Mutterleben richtig genießen können. In diesem Video findest du wieder einen Workout mit Level Nummer 1. Das heißt, es gibt nur einen Stellungswechsel, den machen wir langsam und bewusst zusammen und du kannst dich volle Kanne auf deine Grundspannung konzentrieren. Viel Spaß bei diesem Video. Wir beginnen dieses Workout erstmal in Rückenlage und bewegen uns nach dem Aufwärmen dann in die Bauchlage. Zum Warmwerden ist das Fahrradfahren immer super, deswegen starten wir genau damit. Entweder machst du es mit einem Bein oder gleich mit beiden Beinen. Wichtiger ist aber immer, dass du die Grundspannung halten kannst. Nie gegen die Rektusdiastase arbeiten. Beckenboden fest, rechts, links, vorne, hinten. Alle drei Körperöffnungen schließen. Fahrradfahren, weiteratmen. Fuß aufstellen, Beckenboden bleibt fest. In der Zeit ziehen wir die Haselnuss in den Bauchnabel, drücken sie zusammen, das Korsett anspannen. Du stellst dir den Bauchnabel wie eine Sonne vor und ziehst alle Strahlen in die Mitte, in die Mitte. Du merkst, wie ringsrum mehr Spannung ist und das Becken wird gleichzeitig mitgehalten. Der Beckenboden hat maximale Spannung. Rechts, links, vorne, hinten, alle drei Körperöffnungen schließen. Noch mal das erste Bein, wenn du sie nacheinander bewegst. Beckenboden fest, Korsett fest. Achte schon mal drauf, dass die Schulterblätter weiter unten sind, dass du sie zusammenziehst, damit der Nackenmuskel entspannt bleibt. Einen letzten Wechsel machen wir noch. Genau, super. Beckenboden halten, Korsett halten, Schulterblätter sind unten. Ganz entspannt und die Beine legen schon mal los. Füße sind aufgestellt, Hände neben dem Po und der Po geht hoch, runter, hoch, runter. Die Grundspannung dabei aufbauen, Beckenboden rechts, links, vorne, hinten, alle drei Körperöffnungen schließen. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Wir wollen warm werden und Grundspannung aufbauen, Nackenmuskulatur bleibt entspannt, Beckenboden fest, Korsett fest, hoch und runter. Beim nächsten Absetzen bleibst du unten, Daumen zeigen nach oben, eine Hand ist oben, eine Hand ist unten. Und mit Schmackes gehst du vor und zurück, eine Hand breit zwischen, also so hingelegt, zwischen Lennwirbelsäule und Matte und hoch und runter, hoch und runter. Beckenboden anspannen, Korsett anspannen, Schulterblätter bleiben unten, egal was die Arme machen. Und kleine zackige Bewegung, zack, zack, zack. Beckenboden fest, Korsett fest, hin, her, hin, her, hin, her. Ja, super. Und beide Hände zurück, ein Bein ist aufgestellt, hinten mal das Bein dehnen, die Muskulatur ist meistens sehr verkürzt, deswegen nehme ich die gerne mal in meinem Training mit auf. Und dehnen, dehnen, dehnen. Vorsichtig ablegen, andere Seite. Denk immer so ein bisschen an den Platz hier, dass du nicht die geraden Bauchmuskeln zu doll betätigst. Und die haben bei der Rektusdiastase noch nichts verloren, selbst wenn du nur hier bist, weil der Beckenboden zum Beispiel schwach ist oder weil du überhaupt erstmal Rückbildung machen willst, die geraden Bauchmuskeln kommen ganz lange gar nicht zum Einsatz. Und nochmal wechseln, erste Seite. Und einmal noch wechseln. Okay, gut. Wir gehen jetzt gemeinsam in die Bauchlage und das machen wir natürlich am besten über die Seitenlage und durch die bewusste Grundspannung. Das heißt, wenn du jetzt hier bist, spürst du, wie du erstmal den Beckenboden festhältst, wie du die Grundspannung ganz aufbaust, das heißt auch das Korsett fest, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen. Von dieser Position aus gehen wir in die Seitenlage. Du stellst die Hand vorne auf, kommst dadurch schon mal weiter rum. Ich kann mich jetzt am besten ein bisschen weiter hinten auf die Matte legen. Wenn du so eine breite Fläche hast, dann kannst du dich, ich nenne das immer gerne die Walrossrolle, da kannst du dich so weiter drehen. Entweder machst du es so, noch schöner ist es so, nimmst die Hand rüber. Das ist wirklich das schonendste für die Rektusdiastase. Beine langsam wirklich halten, Beckenboden und Korsett. Dann drehst du dich langsam rüber. Mal gucken, dass das Mikro auch meinen Ton aufnehmen kann. Genau. Ich werde gleich mehr reden, wenn ich meinen Kopf etwas höher nehme, damit du mich einfach besser verstehen und besser sehen kannst. Du bleibst die ganze Zeit flach auf dem Boden, das heißt die Stirn aufgelegt, Brustbein richtig aufgelegt. Und jetzt gibt es erstmal einen Fehler, den möchte ich ganz am Anfang zeigen, der viel gemacht wird, dass zum Beispiel einfach Füße angehoben werden oder Oberkörper irgendwie angehoben wird. Dadurch kriegst du sehr viel Druck auf deine Lendenwebelsäule. Du kannst aber, ich will das mal im Eimer richtig zupfen, damit du das auch besser sehen kannst. Hoppala. Genau, so. Na. Wenn du jetzt so hoch kommst, dann siehst du, dass der Hebel hierher kommt. Wenn wir zusammen arbeiten, machen wir das natürlich richtig. Und zwar, dass du nicht einfach hoch kommst, sondern dass du schon mal in dieser Position fühlst, wie fühlt es sich an, wenn du so hoch kommst. Und jetzt drückst du mal dein Brustbein runter. Also diesen Bereich hier vorne, den drückst du mal richtig tief in die Matte. Und dann kommst du mal mit dem Kopf hoch und spürst, wenn du Kopf und Arme anhebst, dass du hier gerade bleibst. Du brauchst hier keinen Knick machen, weil du dich dann vom Brustbein her runterdrückst. Und das nutzen wir, um deinen Rücken zu schonen. Wenn du immer hier arbeitest, dann hast du einfach einen negativen Knick. Und aus den jahrelangen Erfahrungen mit meinen ganzen Leuten in der Sportgruppe, da kommen dann auch manchmal Schmerzen her, die nicht sein müssten. Die meisten sind sowieso schon im Hohlkreuz. Also, wir bleiben so liegen. Du stellst die Fußspitzen hinten auf. Hebst die Knie an, sodass deine Beine gerade sind. Knie sind vom Boden weg. Füße bleiben stehen. Po, Backen zusammenkneifen. Schambein jetzt vorne weiter Richtung Nase ziehen. Aber pass auf, dass die geraden Bauchmuskeln locker bleiben. So gut, wie du es hinkriegst. Und jedem Mal, wo du dieses Workout machst, wirst du es besser hinkriegen. Jetzt kommt's. Jetzt muss man den Kopf meistens ein bisschen neu absetzen, weil jetzt willst du dein Brustbein richtig runterdrücken. Wir wollen ja nicht diesen Knick in der Lendenwirbelsäule. Du drückst das Brustbein runter und mit dem Doppelkinn hebst du den Kopf an. Als wolltest du dir in dein Dekolleté gucken. Brustbein runterdrücken. Und dazu kommen noch die Arme. Arme anheben. Unterhalten. Brustbein runter, Arme anheben. Schambein vorne Richtung Nase. Lass den Rücken gerade. Knie sind hochgehoben. Gerade die Beine. Stehen etwas anheben. Arme sind angehoben. Und halten. Was macht dein Beckenboden? Rechts, links, vorne, hinten. Alle drei Körperöffnungen schließen. Haselnuss einziehen. Haselnuss zusammen. Stiehen ist nur ein Millimeter über dem Boden. Wirklich. Sonst hast du automatisch den Knick wieder hinten in der Halswirbelsäule. Äh, in der Lendenwirbelsäule. Das wollen wir nicht. Halt den Rücken gerade. Haselnuss einziehen. Haselnuss zusammen. Beckenboden fest. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und lösen. Super. Erster Durchgang geschafft. Ich bleib mal so. Tief einatmen und ausatmen. Jetzt mal alles locker lassen. Super. Das machen wir natürlich nochmal. Füße sind aufgestellt. Knie durchdrücken. Pobacken zusammenkneifen. Schambein vorne Richtung Nase. Der Bauch wird kürzer, aber gerade Bauchmuskeln locker. Pobacken zusammenkneifen. Jetzt Stirn neu aufsetzen, dass du das Brustbein runterdrücken kannst. Stirn leicht anheben. Und die Arme mit dazu. Halten, halten, halten. Knie durchdrücken. Brustbein runter. Beckenboden rechts, links. Vorne, hinten. Alle drei Körperöffnungen schließen. Haselnuss einziehen. Haselnuss zusammen. Dein Bauch ist in der Sonne. Alles in den Bauchnabel. Alle Strahlen in den Bauchnabel rein. Stirn ist nur Millimeter über dem Boden. Beckenboden fest. Weiter atmen. Immer weiter atmen. Durch die Nase ein. Durch den Mund wieder aus, wenn möglich. Ich weiß, du liegst jetzt auf deiner Lunge. In den Pausen kannst du gerne hochkommen. Und dann wieder richtig tief einatmen. Und Beckenboden fest. Korsett fest. Weiter atmen. Und langsam lösen. Wenn du schlecht Luft kriegst, komm in der Pause hoch, dass du mal wieder Platz da vorne hast. Wir machen noch eine Variante. Wieder runter. Wir machen die gleiche Übung. Du bist jetzt gleich auch mit dem Kopf runter, deswegen zeige ich es dir jetzt. Du hast gerade einfach nur gehalten. Jetzt zeigen die Daumen nach oben. Du bleibst unten. Jetzt neigt man wieder zu hoch zu kommen. Du gehst vor, ran. Vor, ran. Vor und ran. Genau. Genaueres erkläre ich gleich noch dazu, nur dass du es schon mal gesehen hast. Aus der Position Füße wieder aufstellen. Knie durchdrücken. Pobacken zusammenkneifen. Schambein leicht Richtung Nase, dass der Bauch vorne kürzer, der Rücken länger wird. Stirn umsetzen, damit das Brustbein runtergedrückt werden kann. Kopf leicht anheben. Briefmarkenbreite zwischen Stirn und Matte. Arme hoch, Daumen zeigen nach oben. Brustbein bleibt runtergedrückt. Arme vorne ausstrecken und ranziehen. Während du die Übung machst, Beckenboden fest. Rechts, links, vorne, hinten. Und alle drei Körperöffnung schließen. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen. Wenn du die Ellbogen ranziehst, Schulterblätter zusammen, ohne hochzukommen. Man neigt dazu, hochzukommen. Drück den Brustbein nach unten. Immer die Bewegung weiter. Beckenboden fest. Korsett fest. Schulterblätter zusammen, Schulterblätter runter. Und Brustbein runter. Du solltest da hinten unter dir zwei Dellen hinterlassen, weil du deine Brust so doll in die Matte drückst. Die können unten im Keller wieder rausgucken. Knie durchdrücken. Pobacken zusammenkneifen. Korsett fest. Beckenboden fest. Brustbein runter. Und beim Ranziehen langsam wieder lösen. Okay, super. Gleiche Übung machen wir nochmal. Nur, dass du dieses Mal nicht gleichzeitig hoch und runter gehst, sondern wenn eine Hand vorgeht, geht die andere Hand nach unten. Genau entgegengesetzt. Von oben gesehen bleibt deine Wirbelsäule aber gerade. Wenn ich manchmal ein bisschen hochkomme, dann damit ich besser reden kann. Du bleibst wirklich die ganze Zeit runtergedrückt. Brustbein richtig in den Boden. Okay, gut. Füße sind aufgestellt. Knie durchdrücken. Pobacken zusammenkneifen. Schambein Richtung Nase. Gerade Bauchmuskel. Entlasten. Korsett fest. Haselnuss fest. Beckenboden fest. Stirn umsetzen, damit das Brustbein runtergedrückt werden kann. Arme erstmal in die Grundposition. Ein Arm geht vor. Ein Arm geht zurück. Ein Arm geht vor. Ein Arm geht zurück. Super. Wenn du kannst, bleiben die Hände in der Luft. Beckenboden fest. Rücken fest. Brustbein runter. Korsett richtig fest. Haselnuss einziehen. Haselnuss zusammen. Stirn ist dicht über dem Boden. Du willst ins Dekolleté gucken. Brustbein in den Boden. Und ein Ellbogen immer an den Körper ziehen. Die andere Hand weit ausstrecken. Ellbogen durchstrecken. Hin und her. Hin und her. Super. Becken fest. Korsett fest. Brustbein runter. Und beide Ellbogen ran. Ablegen. Wenn du schlecht Luft kriegst. Hochkommen. Super. Zwei Varianten noch. Dann hast du es schon für heute geschafft. Wieder ein Workout geschafft. Super. Tief durch die Nase einatmen. Durch den Mund aus. Damit du mal richtig Luft in die Lunge bekommst. Wenn du nicht so gut so liegen kannst, kann man sich auch einfach kurz auf die Seite drehen. Das Gute ist in der Position, du ziehst ja direkt aus Diastase eher wie so einen kaputten Reißverschluss lang. Und es kann dir nicht so weit auseinander klaffen. Genau. Nur vom Rücken her gibt es halt viele, die das nicht abkönnen. Allerdings ein ganz kleiner Hinweis hierzu, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast. Meistens rutscht der Bandscheibenvorfall nach hinten in den Wirbelkanal hinein. Und dann ist es sogar gut, wenn es mal nach hinten hin zusammengedrückt wird. Das kann ich gerne nochmal in einem anderen Video erklären. Muss einfach nur kommentieren, wenn dich das interessiert. Weil das geht darum, dass der Kern deiner Bandscheibe wieder in die Mitte kommt. Und dafür ist es eigentlich sogar ganz gut. Ansonsten muss es dir mal ein Manualtherapeut, wie ich es bin, erklären. Dann weißt du das genauer. So. Nächste Kombination, ich zeig's. Wieder beide Arme gleichzeitig. Ich lass einfach meinen Kopf liegen. Beide Hände gehen vor und zurück. Entscheidend ist, manche wollen immer gerne über den Außenweg. Du streichst an den Oberschenkeln, Po, Achselhöhle, Ohren bis nach oben hin entlang. Streichst an den Ohren, Achselhöhle, Taille runter zum Po entlang. Ja, also nicht über Außen, weil dann musst du ins Hohlkreuz. Das geht gar nicht anders. Wollen wir nicht. Okay, wir starten. Füße sind aufgestellt, Knie durchdrücken, Po, Backen zusammenkneifen, Schambein Richtung Nase, Beckenboden alle drei Anteile fest. Denk dran, den geraden Bauchmuskel auszuschalten. Korsett fest. Stirn anheben, Brustbein runter. Dann erst die Arme hoch. Beide Arme gehen nach vorne. Du streichst an den Ohren entlang, durch deine Achselhöhle, Taille runter zum Po. Brustbein bleibt unten. Jetzt will man wieder hochkommen. Drück dein Brustbein runter. An der Taille entlang, durch die Achselhöhle, an den Ohren entlang, nach oben. Ohren, Taille, Po runter. Was macht die Grundspannung? Rechts, links, Beckenboden, vorne, hinten und die Dreikörperöffnung schließen. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen. Und Ohr, Taille, Po. Po, Taille, Ohren und hoch. Denk an die Grundspannung, alle drei Beckenbodenanteile. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen. Dein Bauch ist eine Sonne, alles will sich in den Bauchnabel ziehen. Weiter atmen, in einem gleichmäßigen Rhythmus. Richte dich jetzt gerade nicht nach meinem Gequassel, sondern atme wirklich entspannt. So gut wie es geht, die Schulterbette unten lassen, auch wenn deine Arme nach oben bewegt werden. Nochmal die Grundspannung nachspannen. Nimm dir die Zeit. Achte drauf, dass dein Beckenboden leicht Richtung Schambein gezogen bleibt. Wir wollen kein Hohlkreuz. Und beim nächsten runtergehen, seitlich ablegen. Kopf ablegen, Pause. Ich komme hoch, du kannst auch in die Seitenlage gehen. Eine letzte Variante noch. So wie beim ersten auch. Was beide Arme gleichzeitig machen können, können sie natürlich auch entgegengesetzt. Nochmal tief einatmen. Und wieder runter. Füße sind aufgestellt. Ich zeige es dir wieder kurz. Einer geht hoch, einer geht runter. Hierbei weiß ich aus Erfahrung, dass meist ein Arm gerne wieder nach außen möchte. Du streichelst dich wieder selber und hast dadurch dann eine gute Chance, wirklich aus dem Hohlkreuz rauszukommen. Füße sind hinten aufgestellt. Knie durchgedrückt. Po, Backen zusammen. Schambein Richtung Nase. Stirn umsetzen, damit du das Brustbein runterdrücken kannst. Beckenboden rechts, links, vorne, hinten. Alle drei Körperöffnungen schließen. Schambein wie gesagt Richtung Nase. Haselnuss einziehen und zusammendrücken. Richtig festen Korsett. Muskel. Stirn ist ein Millimeter über dem Boden. Brustbein noch weiter runter. Arme anheben, Daumen nach oben. Ein Arm geht nach unten, einer nach oben. Streich am Körper entlang und wechsel die Position. Streich am Körper entlang und wechsel die Station. Wechseln. Genau. Und nochmal. Beckenboden fest. Und die Haselnuss fest. Das ist immer das Wichtigste. Brustbein runter, damit wir wirklich nur Gutes für den Rücken machen. Drückst du während der Übung die ganze Zeit deine Brust richtig in die Matte rein. Denk an den Keller. Wenn da jemand läuft, der soll die Hubbel sehen. Die aus der Decke kommen. Und nochmal. Beckenboden. Alle drei Anteile. Haselnuss fest. Brustbein runter. Die Arme streichen. Armkörper entlang. Und wechseln die Position. Eine Hand ist oben. Eine Hand ist unten. Beckenboden rechts, links, vorne, hinten. Alle drei Körperöffnung schließen. Haselnuss einziehen. Haselnuss zusammen. Beide treffen sich in der Mitte. Kopf ablegen. Super. In der Position bleiben wir erstmal liegen. Und wir werden an dieser Position einfach lockern. Geh mal durch deinen Körper durch. Lass mal deine Füße ganz locker. Lass mal deine Beine ganz locker. Lass mal den Po richtig locker mit dem Beckenboden. Rückenmuskulatur. Jetzt mal richtig entspannen. Dafür ist wichtig, dass dein Kopf abgelegt ist. Ich sag dir alles. Du kannst die Augen ruhig zumachen. Der Druck, der gerade auf dem Brustmuskel lag, den versuchst du mal zu minimieren, indem du wirklich einfach Entspannung da reinbringst. Arme sind locker. Der Nacken ist locker. Wir atmen tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Nase ein und Mund wieder aus. Nase ein und Mund wieder aus. Bauch und Beckenboden sind ausnahmsweise mal ganz locker. Rückenmuskulatur locker. Nacken locker. Versuch wirklich Entspannung in den Körper reinzubringen. Mit der Ausatmung alles noch viel lockerer. Als würdest du mit jedem Mal ausatmen, fünf Kilo schwerer werden. Nase einatmen und mit dem Ausatmen wieder fünf Kilo schwerer werden. Einen letzten noch, bevor der Boden einsackt. Und nochmal richtig langsam ausatmen. Super. Das hast du richtig gut gemacht. Super, dass du meinen Workout mitgemacht hast. Du wirst sehen, dass dein Körper sich auf jeden Fall verändert. Auf diesem Kanal wird es noch viel zum Thema, was kannst du nach der Schwangerschaft wirklich machen, noch geben. Das wird viele Serien geben und natürlich viele, viele Workouts. Damit du keins von diesen Workouts verpasst, abonniere auf jeden Fall meinen Kanal und aktiviere das kleine Glöckchen. Dann sagt YouTube dir Bescheid, wenn ich wieder ein neues Workout für dich rausgebracht habe. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann denk auch mal an den Daumen nach oben. Dadurch findest du meine Videos sowieso viel, viel leichter. Ansonsten willst du mich mal privat kennenlernen? Ich bin auch auf Facebook und auf Instagram und da zeige ich sehr viel, wie ich lebe, was ich mache und was du dir noch alles so von mir abgucken kannst. Möchtest du mir Fragen stellen? Einmal die Woche halte ich hier einen Livestream, wo du gerne mitmachen kannst, hier auf YouTube. Und da kannst du mich alles fragen, was du möchtest. Meine Arbeit besteht darin, dass ich Frauen helfe, während der Schwangerschaft und nach der Geburt sich wirklich einen schönen Körper aufzubauen. Ein freies Leben und sich ganz toll in ihrem Körper zu fühlen. Wenn du das auch möchtest, dann sage ich dir, nimm auf jeden Fall Kontakt zu mir auf. Lass uns das Ganze zusammen starten. Wir machen alles in deinem Tempo. Und dann bin ich mir sicher, dass du dich schon im Sommer freuen wirst, dass du jetzt gestartet bist. Ich freue mich auf dich. Ich bin mir sicher, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, sagt Maike Droste.